hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von ls 22 hier aus team studio mein name ist master schruder und wir haben zu grubbern und so und dann müssen wir ja wie gesagt die drehrichtung das wollte ich jetzt komme ich nicht klar mit der mit der tastatur hier die tastatur bedienung von dem von dem dem mod ist mir einfach das ist mir nicht in blut übergegangen oder in irgendeiner art und weise das geht so auch nicht und dann bin ich auch gleich dann ist auch gleich tilten also dann ist auch gleich komplette überforderung an allen decken und enden da weiß ich mir gar nicht mehr was ich machen soll das muss doch hier sein oder nicht da ist es doch habe ich denn vorhin gedrückt das ist dann nicht mal so manchmal ich das gefühl dass da irgendwie sich schon das richtige drücke aber es irgendwie falsch funktioniert ich hätte tanken sollen ich war da hinten bei der tankstelle mit mir habe ich es gemacht naja also da müssen wir noch mal hineiern und mal tanken und ja dann lassen wir das jetzt hier mal schön grubbern und dann können wir uns über zwei drei sachen unterhalten als erstes der formel 1 ist das voll im gang ich wollte eigentlich gestern auch aufnehmen beim ersten tag also am 21 habe ich dann aber nicht geschafft weil sage ich mal so der tag für mich ein jährlich wiederkehrendes ereignis ist und da wollen immer ganz viele leute von einem was und schicken nachrichten mit glückwünschen und ja alles solche sachen deswegen war der tag irgendwie so zerstückelt und zerhackt dass ich es irgendwie nicht geschafft habe irgendwo mal eine stunde zum aufnehmen zu finden lag alleine daran dass ich mich mit einer freundin getroffen habe am vormittag zum frühstück dann hatte ich zum mittag einen kleinen termin dann haben dann kam noch dazu dass ich mein auto aus der bergstadt holen konnte ich habe jetzt endlich wieder am fahrzeug das ist wieder alles fertig alles toll als schicke im auto steht auch unten da freue ich mich drüber dann habe ich auch noch termine machen müssen mit dem friseur weil ich mittlerweile genötigt werde ich soll damit hingehen gut ich war das letzte mal zum september beim friseur ich glaube es ist nötig man hat ja recht aber gut und man kann ja auch mal sieben monate also ich habe und anstatt nicht sieben monate wasser september über ende september das ist der oktober komplett der november der dezember januar komplett naja sagen wir ziemlich genau fünf monate ungefähr die jetzt sozusagen das winterfeld gewachsen ist und ja irgendwie hat man ja jetzt nicht mehr das gefühl dass winter draußen ist also von daher winterfeld kann ab ja und ich wollte eigentlich wirklich an dem tag nichts tun außer und eins die test gucken ein bisschen den leuten zu hören was sie so erzählen so als podcast nebenbei laufen lassen und so ein bisschen was lecker essen was lecker kochen blieb immer zu bekommen ich wollte mir ein würstchengulasch machen bin ich zugekommen habe ich nicht geschafft weil ich denn auch noch noch eine andere neue sache gefunden habe die 24 abends oder spät abends gefunden aber da kann ich euch da erzähle ich euch gleich auch noch entspannt dazu naja jedenfalls oder entspannt nicht aber erzähle ich euch zu was ich da gefunden habe es ist wieder mal ein neues vr gehen da bin ich voll wenn ich voll drin ist es vr masche die funktioniert bei mir und ja aktuell ist übrigens warum ich gerade jetzt aufnehmen eigentlich wollte ich auch erst ein bisschen später aufnehmen und nicht jetzt weil jetzt läuft gerade wieder ein test aber da ist gerade red flag die leute die es nicht wissen red flag in der formel 1 heißt alles fährt in die box nichts darf raus alles steht die zeit läuft aber beim test weiter grund dafür ist dass ein körper sich wohl gelöst hat also locker ist und ja das ist natürlich das geht natürlich nicht wenn an der seite und unseren kanten stein also das körper sind ja diese rot weiß markierten oder in brasilien sind sie glaube ich gelb und was sind sind grün gelb weiß gar nicht ob andere länder doch in frankreich ist glaube ich auch anders sind sie mit blau gefärbt also zumindest ist diese randsteine wenn die da mal drüber fahren muss man macht so sowas ruppelt so im formel 1 simulator wenn man da fährt also f1 23 oder sowas wo es denn so dieses geräusch gibt wenn die drüber fahren keine ahnung ich weiß nicht ob es gut nachgemacht habe ich mache es jetzt nicht noch mal vielleicht doch weiß ich aber auf jeden fall ist da halt red flag sonst ist gleich und nun kommen wir mal also jetzt kommen wir dazu jetzt sind ja alle autos sozusagen auch einigermaßen der konfiguration auf der straße wie sie irgendwie mal im rennen auftreten werden und größte überraschung dem wundert red bull ich weiß gar nicht ich wollte eigentlich wollte ich bevor den aufnahmen noch mal recherchieren noch mal gucken und das wort fast richtig aus ich brauche noch mal gucken wegen ob man das auf diesen renderings schon gesehen hat meine die waren ja letztjahr oben schon ein bisschen bucklicher also in verlängerung von dem halo und zu sagen dass es so ein bisschen ein bisschen bereiter da oben war bei als bei der pull als bei allen anderen aber jetzt ist das ja also das sieht ja richtig also richtig bullig aus oben als wenn die einen richtig hohen schwerpunkt hätten ich meine okay ein formel 1 auto willst du eigentlich haben mit einem möglichst tiefen schwerpunkt warum umso tiefer der schwerpunkt desto weniger neigt das auto zum kippen in kurven und bei den geschwindigkeiten die die fahren und den kräften die da auftreten ist es halt eben nicht wie bei uns wenn da mal keine ahnung oben auf dem dach 50 kilo liegen mit merke fast nicht beim wie sehr das sind kippelt aber wenn du dann halt eben oben auf dem dach mal 500 kilo hast geht glaube ich gar nicht aber wenn ein bisschen mehr liegt oder so der merkt es schon in den kurven das ist auto halt zum neigen und zum kippen in den kurven weil der schwerpunkt deutlich weiter oben liegt aber so ein formel 1 auto bei den kräften und den geschwindigkeiten machen fünf bis zehn kilo schon sehr 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 großen unterschied in dem wie dann die belastung auf dem reifen ist und die waren ja überall am limit und wenn die belastung auf dem reifen zu groß ist dann gehen die reifen eher nach kannst du nicht mehr so schnell fahren durch die kurven du rutscht er was was ich fängt es an und du bist so langsam oder machst die reifen kaputt oder kann es nicht oder sonst irgendwas ist ja immer und deswegen sind die natürlich daran gediegen dass der schwerpunkt des autos so tief wie möglich ganz früher nur den zeiten wo ich die ersten formel 1 simulation spiele pole position hieß die ich damals grandios und so weiter da gab es immer noch so dieses wo legst du den ball hast du das ist auch ein unterschied ob du das gewicht weiter vorne dabei da hinten hast weil das entscheidet auch durchaus mit wegen übersteuern untersteuern also wo das gewicht liegt und alles so gesamt also spielt da alles mit zusammen also es ist schon ein hoch defiziles und sagen wir mal doch recht auch komplexes verhalten wenn man jetzt er einfach sagt ja okay wir haben wir haben naja da jetzt hat uns gerade gesehen oder der körper hochgeflogen ist und der nächste fahrer ist rüber gefahren okay hat auch so eine wurst um sich gerade also so aber die so ein bisschen klacher und es ist schon ein recht komplexes system wo man nicht einfach sagen kann okay wir machen das jetzt in den namen und dann fahren wir drei sekunden schneller das hat immer ausdrücken auf andere sachen mitunter auch auf den die art und weise wie die fahrer mit dem fahrzeug klarkommen und das ist natürlich auch ein himmelweiter unterschied wie gesagt dass so ich persönlich mag ja lieber übersteuern also wenn es hinten rum kommt das finde ich ganz cool deswegen habe ich auch meinen heck getriebenen wie im wuchtig ganz gut gefunden der war ich cool also das ding wird da ich in einer region wohne wo auch noch relativ häufig mal auch ein bisschen glattere straßen aber schnee auf den straßen liegt allein mit der höhe wegen habe ich natürlich noch mehr spaß an einer freude gehabt wo ich meine da wo ich worden bin in sachsen anhalt da ist ja er mehr oder weniger welten schnee habe ich es einmal erlebt dass ich zu meinem geburtstag schnee haben und das war irgendwie mitte der 80er jahre lange lange ist es her da habe ich glaube ich auch vier geschenkt gekriegt auf den ich dreimal stand und danach wurden meine schiestöcke pflanzstöcke für tomaten ja aber die gibt es noch man muss sagen also das ist so was fieberglas stäbe sind das glaube ich wenn ich das richtig in der erinnerung habe die mit zum gummi überzug waren in gelb und oben im schwarzen griff und unten in sonnen wie so ein teller dran wo du reinpickst du schnie und ich abdrücken konntest aber ja und blaue schier waren das so keine ahnung groß die waren damals waren sie so lang wie ich ich war immer der kleinste in der klasse ich bin mit sechs meine schultüte war größer als ich war ein schönes man wollte mir auch ein fahrgestell bauen für meinen rucksack ich habe schon erzählt also mein onkel meine tante oder einer meiner onkel und tanten die waren immer so ein bisschen naja sagen wir mal warum rumkürzeln dass sie dass ich so klein bin und dann hat man wirklich die idee gehabt mir einen haargestell und dann ranzen zu bauen damit ich mit diesem ranz nicht nach ihm über kippe naja gut so da muss man durch halt das ist halt so eine mobbing gibt es überall auch in familien und jedenfalls habe ich dann also war der kleinste ja jetzt ist wieder ganz wild durch die gegend aber wirklich alles wirklich wild aus da am red bull dieser um dieser ring ich meine dass er auf diesen renderings von von der präsentation nicht zu sehen war ich muss halt wirklich mal nachgucken interessiert mich wirklich sehr was sie davor haben also ich bin gespannt momentan ist es bei den tests am ersten tag so gewesen dass aber gut es sind halt testfahrten da weiß man halt nicht in wie weit die dort auf volle performance wert legen und schon sag ich mal jeder alles zeigt und ob am ersten testtag einfach denn jetzt mal red bull gesagt hat komm wir brennen hier mal über spur mit allem was war haben in der asphalt und die anderen haben alle sich erstmal gucken erstmal ob das auto überhaupt 20 runden am stück alle teile bei sich behält das ist auch so ein ding die erschütterung und diese kräfte und dieser wirken und sonst du kannst natürlich alles irgendwie so anbauen dass du denkst ja und hält und schrauben festziehen ist natürlich wichtig und ähnliches aber durch die erschütterung und ähnliches kann es immer mal passieren dass ich irgendwo ein teil löst und mal poltert deinem auto halt so ein steuergerät alleine durch die gegend weil es halt einfach nicht mehr richtig fest ist man kann mal wie das klingt aber genau so ist das denn halt du hast halt ein steuergerät angebaut und durch die vibration sonst irgendwas ist da irgendeine schraube hat nachgegeben irgendwas und dann fällt einfach ab und dann brutzelt das halt eben mal so herrenlos an den kabel hängen durch die gegend und das ist jetzt mal keine machte genau das habe ich auch schon erlebt in meiner zeit als kraft-mechaniker wo ich mich gewundert habe ich habe eine inspektion in einem auto machen müssen da machst du so die motorhauber auf und da ist ja sozusagen wenn man das täglich sieht weiß man ja in etwa wo irgendwas ist und an der bordwand quasi ist dort meistens ein steuergerät angebaut gewesen bei den meisten autos welches dafür zuständig war das also motorsteuergerät hat so wo die zündung und alles organisiert wurde und das einspritzen und was man so alles braucht um dass das auto läuft und ja da war dieses steuergerät das hing so komplett lustlos in diesem auto runter also wirklich für mich einen einen zustand dieses fahrzeuges wo ich gesagt habe so das kann es doch eigentlich gar nicht geben das muss doch das erste mal klappert das natürlich auch während der fahrt zeiten zettel jederzeit der stecker abfallen können sonst irgendwas und die sind mit so klemmschrauben festgemacht wir sind nicht mit einer mutter angeschraubt gewesen sondern die hatten unsere füße an die seite und da hast du so wie so eine blechschraube über den geriffelten stift gedrückt so auch ich weiß auch nicht wie sich das lose gerubbelt haben wir mit vier solchen klemmdingern ist daran festgemacht und eigentlich ist es auch durch dieses ganze zeug was da so rum läuft und pläumt eigentlich auch also ich es war mir wirklich ich habe nicht gewusst wie das also für mich das aus wie absichtlich abgebaut und da kommen einen bereich das ist schöner team da kommen kommen wir jetzt in den bereich wo es für die werkstätten und das hat man mir als lehrling auch wenn man glaubhaft verkauft also ich habe ich habe geglaubt und ich glaube es immer noch dass es ist autos gibt die vom werk dorthin gebracht werden beziehungsweise den hat ihm nur und macht da mal eine inspektion deswegen waren dass man wahrscheinlich auch meistens autos mit einem anderen kennzeichen sonst irgendwas also kein stammkunde den ewig hast und so und dann hast du das auch da gehabt und dann gibt es eine bestimmte anzahl an fehlern die du finden musst weil die absichtlich eingebaut wurden und so sah das aus aber wie gesagt kann aber natürlich auch nicht sein man weiß es nicht ob das zum testwagen war ich kann noch nicht mehr zurück ob dich den kunden länger kannte sonst weiß ich nicht mehr aber da ist halt in so motorsteuergeräte durch den durch die luft die flogen also einfach so durch die ging die poltert komplett lustlos und man wundert sich halt und fragt sich ja im himmel warum treibst du sowas aber ja gibt es alles gibt auch andere geräte wo es passieren kann dass da mal eine schraube locker ist oder ähnliches transport sachen sind da auch immer sehr gerne genommen dass auch ein transport halt irgendwie durch irgendeinen dummen zu können die schraube locker wird ist ein qualitätsproblem auf jeden fall jetzt ist gar eine race control sagt dass die die morgen zwischen mich nicht wieder in betrieb genommen wird naja dann kann ich ja ganz in ruhe hier mit euch ein bisschen noch aufnehmen ich wollte eigentlich noch einen kaffee trinken weil ich bin wirklich auch erst gerade aufgestanden wenn er gerade heißt eine stunde ungefähr aber dann trödelt man sich man trödelt sich ja so in den tag rein wenn man ein bisschen dreizeit hat und die habe ich ja zum glück noch und eigentlich ist es auch ganz gut so dass ich mich mal wieder in den tag rein trödeln kann bin ich sehr 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 angenehm muss ich sagen naja und jetzt haben ja genau reingetrönt den tag also das wird nicht wiederholt ach ja ja autos sind schon toll ich finde auch gut dass mein auto jetzt wieder tüff hat und dass ich da jetzt erst mal wieder sag ich die nächsten zwei jahre ruhe haben hoffentlich ost ist schon ziemlich stark ich denke mal ich werde noch bloß noch zwei zweieinhalb jahre fahren also ich denke mal der nächste tüff wird uns scheiden oder ich müsste wirklich aktiv nächstes jahr noch mal sagen okay ich lasse das mal alles beheben diese ganzen roststellen ansonsten fährt er sich hier ganz gut wir müssen ja nicht dieses jahr noch machen weiß ich bloß nicht wann ich hab im sommer noch mal vielleicht ein paar tage oder wo ich da aufs auto verzichten kann nur so eine sache also ich sag mal so ich wohne hier zwar in der stadt aber ich könnte mir auch vorstellen komplett ohne auto auszukommen also das habe ich jetzt wieder gemerkt so eigentlich ist gar nicht so verkehrt auch mal zu fuß zu gehen ich habe auch heute habe ich auch noch einen termin wieder heute nach mir nach wo es denn jetzt wieder darum geht dass ich dann teile der formel 1 nicht sehe aber da kann ich auch und wie ich zuhören weil ich glaube die fand von 13 bis 17 uhr noch mal und heute kommt doch damals was vorbei aber da weiß ich in etwa da kann ich jetzt aufnehmen der klingelt jetzt nicht dass wir auch mal ein bisschen ist auch ein bisschen verteilen erst einmal ist das erste was mein rechner einfach mal wieder alle monitore schwarz also die grafikkarte einfach ausgestiegen ist ich habe nichts im protokoll gefunden warum keine ahnung das hat aber schon immer merkwürdiger weise bei da habe ich für jemanden etwas aufgenommen da hat schon immer codec schwierigkeiten gehen wo ich mal dachte so was ist denn das ist doch einfach eine ganz normale bildschirmaufnahme von von sachen die ich mache also war was betrieblich ist und zwar ein tutorial wie man bestimmte sachen einstellt und da du den leuten das mit betteln und sagen lese selber wirklich ganz schlecht vermittelt christ mittlerweile also free to pack a manual ist ein ding ich verstehe es auch nicht keine ahnung ich muss mir auch 80 seiten von irgendwelchen chips durchlesen damit ich weiß wie ich die richtig programmieren kann von außen und welche möglichkeiten die bieten und was man damit machen kann und wie gut oder wie schlecht das funktionieren kann am ende ob das nach dem ende funktioniert ist die zweite sache aber solche sachen muss ich mir auch durchlesen und sag ich mal manchmal in den in den ja bei manchen leuten in den servicetechniker machen oder sowas wir haben nicht mehr die muße einen dreiseitigen zettel durchzulesen wo draufsteht wie sie ein programm benutzen was sie brauchen und ja ich denke gesagt okay ich habe eben ein bisschen langweilig ich habe zwar urlaub aber kommen die zwei stunden die investiere ich mal ich würde das sowieso denn ich bin ja jetzt in der nächsten woche werde ich den einfach mal so ein paar halbe tage einbauen wenn sich das so ergibt also wenn sich das ergibt ist im krankenhaus mit diesem krankenhaus und krankgeschrieben danach ist sowieso ja aber das werde ich mir schon alles schön aufschreiben und die stunden werde ich dann einfach abbummeln irgendwo und ja da habe ich jetzt ein video gemacht zur benutzung unseres programmens von reine bildschirmaufnahme das hat wirklich echt für schwierigkeiten gesorgt und dann wollte ich die datei angucken und klick dann rechts irgendwo hin und mal alle bildschirme auf den schlag schwarz keine ahnung also ob es das netzteil war oder so eine stromschwankung kam also ich vermute einfach dass ein stromschwankung hier in meiner wohnung war oder so das sag ich mal hatte ich schon mal was ich hier komplett im dunkeln weil das der fi sogar gekommen er war ja von mir verschuldet weil ich hatte wasserkocher herd und spülmaschine nicht oder sowas oder irgendwie waren die ganze menge geräte an und ich habe den wasserkocher an wasserkocher hat ja ein schalter den drückst du und dann bleibt er gedrückt alles so dunkel und denn ich im dunkeln zum sicherungskasten damals also jetzt ist dann in der wohnung vorher war da außerhalb der wohnung vor im flur wo ich dann da hingetapert und die sicherung rein und stelle dann fest der wasserkocher steht ja noch drauf kam sofort wieder also ich wieder im dunkeln bis zum wasserkocher das war wirklich nachts um drei oder irgend so ein scheiß das war wirklich mitten in der nacht wo ich irgendwie mir einen tee nochmal machen wollte aber mitten in der nacht was nicht aber was gar nicht also die spülmaschine lief der herr der herr war anbiegen irgendwas kochen wollte mir irgendwas zum zum essen kochen beim zocken so abends und ja dann wollte ich mir noch ein team machen das war dann zu viel das war schon witzig war sehr witzig ja und da war ich auch sehr dumm aber okay macht ja auch nichts und dann habe ich den wasserkocher runter gestellt und dann habe ich den sicherung reingedrückt und ich idiot habe den wasserkocher danach wieder draufgestellt ohne den schalter um zu denken was kam sicherung raus also habe ich den sicherungskasten in der zeit glaube ich häufiger besucht als in den fünf jahren vorher naja so ist es halt gut aber wir sind am ende der folge haben uns ein bisschen über autos unterhalten und wir werden uns in der nächsten folge über ein neues spiel welche angespielt habe in der vr welt und das auch noch auf zwei unterschiedlichen medien also zwei unterschiedlichen dingen wie es mir auch die augen gespielt wird wenn wir uns mal drüber unterhalten bis denn tschüss